Wird Ihnen präsentiert von Messebauer.com. Wir machen Messebau. Die berühmte Carrera-Bahn, ein Traum jedes Kindes. Wir kennen ja die Bahn an sich. Was ist denn hier das Neue, das Innovative? Ja, wir zeigen hier sozusagen das Camerecar 2.0. Wir haben das ja letztes Jahr vorgestellt hier auf der Messe. Fix und fertig. Dann kam die Datenschutzverordnung, die neue. Und wir mussten das Fahrzeug den neuen Richtlinien und Reglements anpassen. Man sieht das sehr schön hier. Das war das Fahrzeug, was wir letztes Jahr hier gezeigt haben. Wir haben natürlich die Zeit genutzt, bis das alles die behördlichen Wege gegangen ist. Und haben dann das Fahrzeug schön aufräumen können. Sieht man hier sehr schön den Unterschied. Hightech in allen Belangen. Warum machen wir das Camcar? Wir haben gelernt von vielen Endverbrauchern, dass viele Filme machen, auf YouTube stellen, Social Media ihre Carrera-Abenteuer teilen. Und mit diesem Camcar hat der Konsument jetzt die Möglichkeit, Carrera-Filme zu machen. Und das Ganze noch wirklich aus der Sicht des Carrera-Piloten. Wow. Und man erlebt jetzt die Geschwindigkeit von über 650 kmh Scale-Speed am eigenen Leib. Das ist natürlich übertragbar auf jedes Smart-Device, aber auch auf eine VR-Brille. Und da bekommt man dann die Geschwindigkeit richtig mit. Wow, spannend. Ach, Spaß. 600 kmh zu erleben, man hat nicht immer die Möglichkeit. Fast nicht. Wurde Ihnen präsentiert von Messebauer.com. Wir machen Messebau.